Nein, ich hab deinen Papierkram. Hast du ihn gelesen? Ich bin nicht dein Hampelmann. Hör auf mich zu beleidigen. Geld ist nie das Problem. Jetzt hör mir mal zu. Du akzeptierst einfach den korrekten Preis. Klar? Was? Hau ab, Tobi! Du machst mich krank! Zehn Dollar sind nicht genug für so viel Laub. Werd erwachsen, Tobi! Mac, ins Internet bitte. Befehl unbekannt. Ich suche nach einem alternativen Text. Suche alternativen Sex. Was? Auflistung. Nein, ausschalten. Liebe auf dem Bauernhof.de. Abbrechen. Spaß mit Früchten.com Oh, super! Dosen werfen! Du glaubst wirklich, du kannst das? Hol mir Eis! Wow! Das ist es! Ein Roadtrip. Ich krieg keinen Urlaub. Kommt schon, Jungs! Was haben wir noch, worauf wir uns freuen können? Zu meiner Zeit ist die Frau zu Hause geblieben und nicht der faule Mann. Zu deiner Zeit mussten Männer Pyramiden bauen. Du solltest dir die Tour nicht entgehen lassen. Sie können vielleicht nicht Motorrad fahren. Das mit dem Abschlagen muss ich noch üben. Nein, das mit dem Motorrad fahren musst du noch üben. Doch sie erobern die Landstraße. Und lassen sich von nichts aufhalten. Sie ist perfekt. Ich wollte etwas Witziges sagen, aber mir fiel nur Witze über Schwarz ein. Immer raus damit! Vier Männer auf der Suche nach dem großen Abenteuer. Was hast du getan? Ich hab ihren Schuppen gesprengt. Oh! Ich weiß, das war böse. Sie machten eine Reise. Geh ran, Baby! Die sie nie vergessen sollten. Hin und wieder muss man auch mal was Verrücktes machen, damit das Leben nicht von der Angst beherrscht wird. Es wird interessant zu sehen, wie der Bulle reagiert jetzt, wo er schon alarmiert ist. Alarmiert! Bulle! Born to be wild! Saumäßig unterwegs! Was haben wir denn hier? Wir haben... Eins, zwei, drei Männer? In einem Bett. In der Fischenstellung. Ihr wisst gar nicht, was ihr für ein Glück habt, dass ihr zusammen seid. Verdammtes Glück! Hast du keine Hosen an? Nein! Auf DVD und Blu-Ray-Disc!